Bis zu 87 Millionen Nutzer weltweit sind betroffen. Vielleicht auch Sie betroffen vom Datenmissbrauch bei Facebook. Denn Hunderttausende könnten es auch in Deutschland sein. Was lernen wir aus diesem Skandal? Wie offen können, wie offen sollten wir eigentlich mit unseren Daten im Netz sein? Und wie viel Rettung bringt das neue europaweite Datenschutzgesetz? Alles bei uns im phoenix-Thema. Der Deal mit den Daten. Morgen um 14.45 Uhr bei phoenix.